Hallo und herzlich willkommen zu einem Hexit. Also ich habe einen Hexit-Server, da ist auch schon mein Freund drauf. Ihr wisst ja, dass halt längere Zeit nichts hochgeladen ist, habt ihr vielleicht bemerkt. Es war nämlich so, ich hatte schon Videos aufgenommen und ja. Die waren aber überlänge, deswegen konnte ich sie jetzt nicht hochladen, aber das habe ich erst vorhin bemerkt. Deswegen habe ich es auch erst, mache ich jetzt nochmal von, also Grüße und Unze und Zack alles. Ja, das kommt jetzt, ich nehme jetzt das öfters mal auf und bin so. Hab auf jeden Fall schon viel gespielt. Und gerade eben, äh, war ich auch auf Dungeon-Turm. Da hat mir so ein böser, äh, äh, also Battle Tower, äh, Golem oder wie die heißen, mir mein gutes Endergen-Sort geklaut. Das war ein Ahorchner, der war sehr stark, der hatte, glaub 1400 Leben. Ja, dann hat er mir mein Endergen-Sort geklaut. Das ist auf jeden Fall das Haus von meinem Freund hier. Aber ich habe noch keinen Verzauberungstisch, deswegen gehe ich noch zu ihm, weil ich muss mir jetzt ein neues Endergen-Sort machen. Erstmal Sharpness, nicht viel kann. Ja, 14 Level. Erstmal Sharpness draufpacken. Und natürlich Salt-Header. Ich hoffe, meine Endergen... Ah, ne, reicht nimmer. Reicht noch für Fokus 1, ja. Dann habe ich schon mal wenigstens ein bisschen wieder was. Oh, gerade ist auch COM eingeloggt. Wartet. Das ist mein Freund, ja. Server ist, glaub ich, gerade ein bisschen am Längen oder so. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt halt... Und ich glaube, das dritte und vierte Video, wo ich aufgenommen habe, das geht noch. Also, da ist die Länge okay. Also, das werde ich wahrscheinlich hoch auch. Okay. Ich habe graue Wolle zufällig irgendwo. Dann habe ich alle drei Rüstungen fertig, wenn ich noch zwei graue Wolle finde. Ich guck mal wieder bei meinem Freund nach. Als ich das lerne vorang. Fertig. Jetzt den Kopf nicht. Oh. Oh, das ist gut. Aber... Ja. Uh... Gremnen... Ja... Er hat auch geschrieben, er spielt nämlich auch Fifa. Da hat er geschrieben, dass er jetzt neue Spiele hat. Jetzt erstmal nach Grauer Wolle suchen. Äh, Grauer Wolle. Grauer Wolle, komm. Da machst du Hexit neu installieren. Ich hab auch Grauer Wolle. Okay. Nett, dass es wieder zu lang wird. Zeig dich an der Stelle. Tschüss.